Ich möchte an den Beinen vorbeikommen, aber immer wenn ich auf die Seite gehe, dreht er sich mit. Nun wende ich die Technik Papierflieger an. Ich drücke beide Beine zusammen und lege sie auf eine Seite. Nun lege ich mich auf beide Beine drauf und robbe mich immer weiter nach oben, um dann im Spider-Man die Technik abzuschließen. Noch einmal etwas schneller, beide zusammen auf die Seite, direkt drauflegen und nach oben arbeiten in den Spider-Man. Die Technik kann ich auch benutzen, wenn Doni sitzt und ich stehe. Ich kann beide Beine zusammendrücken, sie auf die Seite legen, mich drauflegen und nun ihn in die Rückennagel zwingen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.